Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier bei... Drachenwort. Was ist denn der Drachenwort? Ach, wir sind ja schon durchgekommen, stimmt. Ja, beim Drachenwort weiter. Ich bin hier auf dem Weg gekommen. Mit dem Schrei erhöhst du halt deine Angriffskraft und so weiter. Das macht vielleicht noch ganz Sinn. Aber das andere ist vielleicht nicht unbedingt. Ja, wo finde ich den jetzt überhaupt hier meinen... Job bei den Mimic, bei den Mimic waren wir doch schon. Oder du zumindest, glaube ich. Habe ich das schon? Was? Glaube nicht. Ne, das hast du noch nicht. Äh, du legst dein Sein, ich bin noch menschlich. Alright. Naja, menschlich als Dach halt. Ja, gerade echt mal gute Frage, ey. Was? Wo, wie, wie, wann, warum? Sein liegt, ne? Da links. Links. Ja. Ja. Da. Drache, ruft Drache. Achso. Das steht jetzt echt Drache, ruft Drache oder sowas. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich hierher muss. Wie lebt denn wie gar keiner? Oh. Da links war eine alte Maske. Muss die Brücke, kann man sich immer runter droppen lassen. So. Gehen wir mal, äh, links jetzt zu der Mauer. Hier hinter? Da unten. Wo? Weiter rechts. Achso. In der Nähe, da war ich ja schon mal. Also ich erinnere mich so dunkel daran, dass wir da schon mal waren. Aua. Aua. Weiß mal hier runter? Da war ich halt schon. Raison halte. Da warst du doch noch nicht. Ja, hier unten in dem unteren Bereich war ich schon. Ach stimmt, da oben in der Burg so ein bisschen haben wir schon mal angeguckt, ne? Und dann entweder wir wurden getrennt oder du bist gestorben. Ich weiß nicht, ob ich konnte nicht mehr so richtig zurück. Hier war ich, also hier war ich auch noch nicht. Oh. Ah. Nee. Wiesenton subs. Wollen wir den mal als Drachen mit den ganzen Steinen bekämpfen? Auf jeden Fall. Ich hab jetzt aber nur einen Stein mit dem, mit dem Schrei um meine Angriffskraft zu verbessern. Ich hab alle. Ja, ich kann sie ja eben auch anlegen. Ah ja, es ist alles leuchtet. Ich denke mir, dass er irgendwo mitten in der Burg da gespawnt ist. Keine Ahnung. Wir können uns ja auch verstecken. Geh meiser. Vielleicht werden wir dann auch vom Computer empfangen. Womit denn? Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich gerade ausgewählt. Ernsthaft. Du musst gedrückt halten. Achtung beim Staminer. Der steht links von dir. Jetzt rechts. Hau ab, hau ab. Hey, der wischt es halt so nicht. Finde ich mir witzig, um mich entfernen zu halten. Ja, kann nur sein natürlich, dass er dich jetzt mit Pfeil und Bogen oder so einem Scheiß angreift. Hat er glaube ich nicht ausgerüstet. Die leben, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Hat er entschweinen. Ja, lass nochmal kommen. Der hat nicht unendlich Leben. Äh, also nicht unendlich Tränke. Das fängt ja mit Feuer an. Dann hat er schon nichts mehr. Das sind die Drachen oben. Loll, was hat denn der für eine Reichweite? Ja, das ist dieses... äh, ungenaue PvP hier. Willst du das nicht? Na ja, ich lebe aber noch. Wohl. Gegenseitig gekillt. Wande der Wirbelsäule. Prost. Ja gut, das ist sein Covenant, ne? Ist das so? Die brauchst du ja, um den Covenant aufzuleveln. Aha. Das ist ja der, den du beitreten kannst, bevor man gegen diesen Baum kämpft. Ach, das ist das. Ja, 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 jetzt bin ich wieder bei der, ja. Ja, ich bin wieder normal. Das habe ich mir fast gedacht. Jetzt muss ich nur einmal gucken, wie ich jetzt zu dir komme. Ich kann ja zu dir kommen. Ist das so? Ach so, ja klar, kannst du, ja, das stimmt. Wo war denn nochmal dieser Sch... Der war hier irgendwo, du sagst mir, wirklich... Du weißt es nicht mehr. Warte, ich bin mir noch zu anderen Reiten. Okay, ich bin auf der anderen Seite quasi. Ja, ich bin jetzt hier runtergedroppt, unter die Brücke nochmal. Und toter Knochen, später. Ah ja, bin ich bei mir da auch noch. Aha? Ne, da ist so einer. Oh, ne, auf die habe ich jetzt aber gar keine Lust. Oh, der trifft einen sogar, wenn man da oben steht. Wo bist du denn jetzt? Ja, du bist auf der anderen Seite, ja. Ich bin halt hier runtergefallen. Aber es ist nicht dramatisch. Ich dachte, du wartest dann. Ne, hat nicht geklappt mit dem Warten. Warst du on fire oder warst du im Verfolgung? Ne, gar nicht. Ich bin dann hier runtergesprungen. Beziehungsweise einmal ums Karree gelaufen. Ums Karree? Achso, warte, ich komme jetzt hinter dir wieder raus. Au, alter, das ist ein Schaden. Ui, ui, ui. Alter, ja. Ach du, pfff. Die Dinger, die sind hart. Ufff. Ja, alles klar. Nur mal, das geht nicht zu dir. Das heißt, wir haben ein bisschen hier bis runter gedroppt, ne? Ja, da links. Da ist das Sein. Wenn ich's bis dahin überlebe. Warum nicht? Der Typ da oben geht total steil. Oh, der greift nicht hier hin. Ja, von mir fliegt der Opfer aus. Um Gottes Willen! Aua! Hinter dir, hinter dir! Scheiße! Der Typ hat den klar gemacht. Alter, ich bin ein Megaschiff. So, jetzt geradeaus. Hier sitzen zwei Kameraden. Und beten den dritten an. Du links, ich rechts. Mhm. Hört, hört. Das ist ein Bedingung. Das ist so. Das ist ein Bedingung. Das ist ein Bedingung. Das ist so. ja so aus wenn die weiß ich nicht in hellen bilanz eintauchen so beziehen ja da ist das aber ich muss ich muss ich muss heilen sonst ist wieder ja ein irithel rapier ist das hier der mimik das ist der mimik wenn es noch eine truhe ich dachte die mit dem mit der artis unter dem treppich sie ist nicht mehr den rest ach so und wer ist jetzt hier von der mimik das ist das weiß ich mir mit aber dann ist es hier noch nicht geist baum wappen schild scheiße das scheiß weg ich habe auch hier so eine kiste auch kein mimik hier gibt es auch irgendwo den sonnenlicht altar hier ja da haben wir eine karte hier oben müsste noch eine reitung sein wo denn da rechts rum hier ne rechts da war ich gerade eben schon von dort ist ja schon mal warm also es heißt das schwert ist halt bei diesen drachen ja auf anderen seite möglich aber hier war irgendwo ein mimik ich erinnere mich daran das ist doch kacke da bleib ruhig das ist doch schon die ganze zeit das habe ich mir nicht gesehen da hinten ist eine treppe äh ne leiter dahinten war ich aber schon das weiß ich noch hinter dir vorsicht wer wirft denn hier die ganze zeit ich weiß dass hier irgendwo das war vorsicht hinter dir hier war ich auch schon ich weiß dass das hier irgendwo war meine ich lass mal hierher gehen aber hier ist noch ein hebel den du ziehen kannst ja den hebel ziehe ich erst später ach guck mal ja ich weiß ob ich auch so richtig bock drauf dann lass mal die beiden links hier machen nicht ja das ist vielleicht wieder anders weiß ich nicht doch verflucht nur tot oh was passiert ja der da der verflucht einen kann es sein dass es das letzte mal auch passiert ist und nicht deswegen hier alleine ja hat doch irgendwas war da keine ahnung guck mal eben bitte schlag mal eben die die karte auf von diesem gebiet hier irgendwo muss das doch sein ich kann hier ja auch ich kann hier ja auch nicht ich kann hier durchgehen ich könnte hier durchgehen das war doch hier ich erinnere mich kein wenn wir so ein trock miss und dann ist er denn ach du heiland ach du heiland ach du heiland Ahhhh! Hm... Versteht nichts von seinem Lichtschwert. So mal. Fama! Matthias! Fama! Schwer ist eh kacke. Da ist es doch gerade so ein Lichtschwert. Hä? Nicht blind? Ja. 29. Da. Was? Oh Gott. Alles klar. Ahhhh! 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 Wo zur Hölle ist DAS DEN? Ahhhh! Ahhhh! Da muss ich hin. Alles klar. Alles klar. Ich weiß, was es ist. Wo bist du? Ja, ich mache gerade die typischen. Äh... Ach so. Dann komme ich dir jetzt anders entgegen. Ja, wenn ihr da jetzt rechts rein. Naja. Und dann stehe ich hier oben an der Treppe. Eben den Lötz-Talismann abwarten. Da kannst du schon mal sowohl legen. Nicht da. Ja, da ist ein Gegner. Wo? Wieder gleich rechts verlaufen. Ich habe noch Hälfte an Lebensenergie. Ja, ich gehe ein Gegner. Also meine da ist einer. Da rechts. Na guck mal deine. Die Drachen leben bei dir. Ich verstehe das überhaupt nicht. Bei mir muss das... Ja, ich freue mich total, dass die leben. Nein, aber jetzt mal ohne Spaß. Bei mir muss das ein Fehler sein. Ich verstehe zwar nicht, was... Wo bist du denn? Ich verstehe aber nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Ich bin nicht. Ach so. Leben bei dir denn beide Drachen? Nee, da ist nur eine, ne? Eine ist weg. Komisch. Nee, da ist auch so. Beide. Check dich. am besten will das schick ich dich dem Zeichen kommt nicht doch da